Very fast, 1977, sing wunderschön, es war mal auch meine Lieblingsgruppe, 1977, mit welchem Recht wird mir ins Ohr eingeblaschen, mit welchem Recht könnte mich hier tyrannisieren, mit dem Recht auf 2 von 1977, gell, also deswegen tut Christina in der Luft schweben, und die Anschalt ist hier, um hier Explosionen zu machen, gell, und der Platzbücher hat das 77 schon kennengelernt, wie boniert der am Fernseher ist, ich hab ja seit 10 Jahren, 12 Jahren, kein Kind mehr, ich hab mal gleich zum Rentner, mach Frau Ebner, ich spreche, super, und wie sind wir feiern, wie lustig das ist, wie nett das Ganze ist, wenn ich mal 25 Jahre meine Grundauszüge zeig, der mag schon gern die Motzer, gell, verstehen Sie Spaß, und solange du in den Anstrenger, der nix machen soll, es meint ihr passiert ja nix, gell, so viel Lustig und Spaß, haben wir uns alle schon nackt gesehen, masturbiere ich jetzt von hier jemand, oder sonst sterben muss, gell, ich dachte, ich kann noch irgendwas Neues aus meinem Leben machen, ich würd gern noch mal mein Kind sehen, gell, siehst du das, Luca sagt, you can try, you can try, you can try, you can try, try, hab mir noch gekauft, die Schallblattensammlung hab ich nicht mehr gekriegt, ja, in Lausanne war das schon sehr multikulti, Kultura, und wie gesagt, ich vermisse meine Schweizer, mir wird richtig ins Ohr reingelassen, diese schizipräne Handlungen, gell, aber wenn man halt so jung war, wie freu ich noch, und mit 14, vielleicht den Bünder auf die Welt brachte, und 50 Jahre älteren Mann heiratete, und was es für Geschichten ja alles gibt, niemals hätte ich an so eine Möglichkeit gedacht, ja, es ist schon wieder eine Minute und 49 wird immer mitdiskutiert, er mag schon die, noch klar, vor allen Dingen der Michael Jackson, ist 10 Jahre älter wie ich, in 1977, war er also quasi, und 80 kamen die raus, kam gerade Zwiller raus, und möchte wissen, wo ich den getroffen hätte, er zahlt euch Kinder, die wurden heute wieder interessant gezeigt, auch ein Mikrofon, gell, und ins Ohr reinklicken, also ich muss wirklich sagen, ein Genie mäßig, gell, wie vor, was soll das mit der Soja, gell, kein Auto, Fahrzeugschild hin, gleich zum Rentner machen, genießen sie das.